Orang-Utans ähneln Menschen sehr, das bestätigt jeder, der sie beobachtet hat. Ihre aufrechte Haltung, ihre Intelligenz und ihre familiäre Bindung zeigen, dass Menschen und Orang-Utans eng miteinander verwandt sind. Ein Video, das vom Dural Wildlife Conservation Trust veröffentlicht wurde, zeigt eine Orang-Utan-Mutter, die ihr Baby zur Welt bringt und sich liebevoll um es kümmert. Obwohl das Video manchen Menschen verstörend vorkommen mag, zeigt es die natürliche Schönheit und Stärke der Mutter-Kind-Bindung. Die Mutter bringt das Baby ohne Hilfe zur Welt und kümmert sich sofort um es. Wie bei Menschen sind Orang-Utans darauf bedacht, sich bestens um ihre Neugeborenen zu kümmern. Das Video ist faszinierend und sollte geteilt werden, um die besondere Verbindung zwischen Mutter und Kind zu zeigen.